Und schön, dass sich das Team um Robert Bauer hier in Stuttgart auch diesbezüglich Gedanken gemacht hat mit dem Tourenpark draußen vor der Halle. Touren schnuppern, so könnte man das auch mal bezeichnen. Ich finde das eine gute Idee. Und Diego Hippolito, glaube ich, findet das auch eine gute Idee, dass er hier nämlich Gold gewinnen wird. Und Isashi Mitsutori, der Mehrkampf dritte. Wenn er nicht eine sensationelle klasse Leistung bringt, sind sie die Medaillen vergeben. Ja, er müsste eventuell Silvio in A-Wert noch aufdoppeln, er müsste ein bisschen was dazulegen und Fehler darf er keine machen. Er hat den gleichen A-Wert wie Alvarez und der ist dritte am Augenblick. Und aufstocken ist auch nicht möglich, weil die Touren ja auch das entsprechend vorbereitet haben. Da kann man nicht so die Teile aus dem großen Bauchladen herholen. Aber wie das hat man hier gebaut funktioniert und sagt das attackers und wir freuen sich schon jetzt finde, Wichtig ist off籠be der Hand in die umgangene Ditte auf den Radier hat. Der Weg zur große Medaille könnte durchaus noch frei sein. Tschüss.